Was möchten Sie der Klinik von Professor Fesco wünschen? Natürlich Erfolg und Wohlstand. Viel Glück mehr als 95%. Fortschritt. Zunächst einmal Erfolg. Die Klinik, die sich mit dieser Frage auseinandersetzt, hat das einzige Kriterium Kinder. Diese Klinik erfreut nicht nur Patienten, nicht nur das Solator mit ihrer positiven Stimmung. Möge sie auch unsere Kollegen erfreuen, die mit unserer Eröffnung in Kiew sehr zufrieden sind. Hier werden meist freundliche Optionen gesammelt. Dies und ich betone, alle beteiligten sich. Zwei Personen sind nicht hier, die an meiner Ausbildung teilgenommen haben, als ich noch ein anfänglicher Arzt war. Dann waren da Leute, die mich in einem schwierigen Moment unterstützt haben, denen ich dann wahr bin. Achtung, die sich etwas nicht mehr verengéticaend ist. Vielen Dank.